hallo liebe zuschauer ich wollte euch hier noch mal ein fahrzeug von gns medburg zeigen das haben wir gerade eben fertig bekommen und den haben wir gerade raus gesetzt sind den schön am testen den zeige ich euch jetzt mal ja hier stehen schon die fahrzeuge für diese woche bereit dann haben wir hier hinten den schönen kartago stehen dann kartago e line voll integriertes fahrzeug der kunde hatte bereits eine solaranlage auf dem dach vorhanden die haben wir jetzt demontiert weil der wagen ist zehn jahre alt und ja es war eine einfache lötstreifen modul beziehungsweise zwei stück zwei module zwei platten und die haben nicht mehr den gewünschten ertrag gebracht den der kunde sich ja erhofft hätte wie ihr sehen könnt hier hinten in der garage haben wir die zwei platten stehen die nimmt der kunde sich mit er hat auch unter anderem ein max band bekommen hier ist noch die alte dachhaube drin die nimmt er sich auch mit als ersatz dann haben wir hier hinten in der heckgarage wie ihr sehen könnt da schlummern zweimal 200 amperestunden gn stv power lithium inklusive victron batterie computer versteht sich ja wie ihr sehen könnt da hinten in dem fach ganz hinten durch da wäre noch mal noch mehr platz gewesen also hier ist ausreichend platz sogar noch für eine dritte oder sogar vierte batterie so dann gehen wir mal oben aufs dach schauen ich habe hier schon mal die leiter parat gestellt so wie ihr sehen könnt hier haben wir unseren max van montiert in der vorhandenen dachhaube hier vorne wollte der kunde noch frei halten da möchte er nächstes jahr noch eine klimaanlage verbaut haben dass wir hier ein bisschen platz gelassen haben da hinten hat er eine satanlage verbaut hier haben wir eine platte 120 watt black kontakt hier vorne die zweite da haben wir ein small modul mit 110 watt und hier vorne noch mal ein small modul mit 110 watt wie ihr wisst die karthagos die haben ja immer sehr viele dachhauben hier vorne seht ihr das große häki über der sitzgruppe hier haben wir 40 x 40 dort und 40 x 40 hier das ist im küchen und badbereich zeige ich euch gleich von unten und natürlich hinten im schlafbereich es ist zwar immer sehr schön dass sie sehr viel licht haben und ja sehr viele dachhauben haben aber ich sag mal für die ganze autarke solar geschichte ist es bei diesen fahrzeugen immer sehr schwierig aber da haben wir trotzdem immer möglichkeiten und lösungen dann gehen wir mal in den innenraum schauen hier steht schon alles bereit für die abholung wie immer liegt hier alles ja dann könnt ihr hier hinten sehen hier haben wir zwischen toilette und dusche die haben wir hier haben wir unsere max wenn eingesetzt hier oben ja und hier vorne haben wir freigelassen hier wünsche der kunde dann im zweiten step hier im küchenbereich dass wir hier dann demnächst noch eine klimaanlage einsetzen können das wird dann in der zweiten ausbaustufe gemacht er hat noch eine zusätzliche steckdose hier unten in der sitzbank bekommen wir hier sehen können dort haben wir ihm noch eine steckdose hingesetzt und dann würde ich sagen ist der karthago bereit für die abholung da haben wir hier als erstes einen schönen karthago ist ein vollintegriertes fahrzeug ist ein c tourer wie ihr sehen könnt und wirklich sehr schickes fahrzeug sehr gepflegt muss man sagen und da schauen wir mal am dach der hat jetzt von uns eine solar erweiterung bekommen die haben wir jetzt aufgebaut und haben den jetzt gerade rausgesetzt sind alles am testen und dann schauen wir doch mal aufs dach so so das fahrzeug hatte schon von werk aus beziehungsweise von seinem karthago händler schon zwei lötstreifen module drauf wie ihr hier sehen könnt mit jeweils 100 watt haben die glaube ich und der kunde möchte noch autarker sein und noch mehr autark stehen und hat halt bereits lithium batterien vorhanden zwei stück und hat jetzt von uns hier zwei black kontakt zellen hier vorne haben wir ein small modul hinsetzen können wir seht und dann haben wir hinten ein schönes 120er passt hier schön hin nur ja wieder typisch karthago wie man sehen können natürlich schön viele fenster hier dachhauben lüfter und entlüftungen hier nur natürlich mit den solarplatten anordnung immer etwas schwierig aber wie gesagt dafür haben wir die diversen module in verschiedenen passformen in small in quadratisch oder halt in der standardform wo wir dann immer möglichkeiten haben das dach gut zu bestücken hier vorne wäre noch was platz wenn er mal erweitern möchte genauso wie hinten wenn er keine klimaanlage wünscht hätte man natürlich hinten auch noch platz für ein square zu setzen hier vorne würde man noch ein square hinkriegen aber wie gesagt da lassen wir die optionen noch offen ob der kunde vielleicht mal eine klimaanlage dort im schlafbereich wünscht das ist ja dann alles nach absprache möglich so und dann haben wir noch ein fahrzeug das möchte ich euch gerne zeigen da gehen wir jetzt mal hin das ist ein kastenwagen der hat schon von uns letztes jahr eine 200er gn stv power lithium bekommen und hat von uns eine solar erweiterung bekommen also sprich zwei platten black kontakt das zeige ich euch jetzt noch mal am dach und da der kunde mit seinem schönen kastenwagen wie ihr hier seht jetzt ab nächsten monat für drei monate unterwegs ist und diverse festivals abfährt hätte er natürlich gerne auch internet in seinem fahrzeug so da gehen wir mal hoch so da hinten wir sehen können haben unsere zwei black kontakt platten hier die erste platte die war bereits vorhanden und wir haben hinten diese zwei letztes jahr erweitert und jetzt hier vorne schön unsere oister connect internet antenne hingesetzt die passt schön hier noch neben dem heki hier haben wir platz natürlich noch dass das fenster aufgeht und der kunde hat natürlich die möglichkeit hier das fenster zu öffnen falls er mal seine sim-karte in der oister wechseln möchte da hat er natürlich über das fenster die möglichkeit dachdurchführung genutzt die von oister tenhaft da vorgesehen ist und sind dann ins fahrzeug reingegangen das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen und hier schön ins fahrzeug hier liegen ja schon die ganzen bedienungsanleitungen alles bereit wenn der kunde den gleich abholen kommt und genauso hier oben sehen wir haben wir schön den receiver angeordnet wo man schön dran kommt hallo hier haben wir noch was ganz interessantes was ich euch noch zeigen wollte da hat ein kunde der hat von uns vor einigen wochen die 500 amperestunden gen stv power lithium bekommen dann hat er sich nach circa 14 tagen gemeldet und hatte probleme mit seiner solaranlage und hatte geäußert er hatte schon von viktron smart mpbt smart regler drin hatte geäußert dass auf einem kreis der anlage die nicht von uns war muss ich dazu sagen keine leistung mehr war haben nichts mehr angezeigt und jetzt hatten wir heute in termin und hatten vermutet dass eventuell der viktron mpbt smart regler defekt ist und da hatten wir heute einen termin vereinbart haben jetzt durch gemessen und ja der kunde ist um durchreise in den urlaub und dem müssen wir eine neue anlage aufbauen er hat zwei lötstreifen module drauf gehabt und die sind komplett defekt und das will ich euch mal kurz zeigen so den kennen wir wahrscheinlich noch vom letzten mal hier haben wir ihm ja ein servo gx eingebaut hier oben hatten die anderen kollegen schon einen solarregler von viktron verbaut dann hat er noch von uns hier das gx touch bekommen hier oben und hier unten in der sitzbank hatten wir damalige zeit die 500er verbaut hier haben wir schon die zwei module demontiert zwei lötstreifen module zeige ich euch auch mal oben am dach hier sehen könnt hier saßen die zwei module und haben leider keine leistung mehr gebracht und wie gesagt auch solche geschichten ihr könnt uns gerne anrufen schreibt uns eine mail wenn da solche probleme habt da sind wir auch natürlich immer gewollt euch zu helfen sofern die situation zulässt die kunden ja die übernachten jetzt hier zwei tage und wenn der andreas dann fertig ist dann geht es hier ran und dann kriegt er zwei black kontakt module mit jeweils 120 watt das zeige ich euch aber dann noch wenn er fertig ist